Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Das ist Wasserfarbe. Der Sack hat dir scheiß Wasserfarben verkauft. Wasser, aber ich dachte... Mann, ich kenn mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus. Ich will, ich muss heulen. Toll. Tschüss. Na, musst du jetzt heulen? Untertitelung des ZDF, 2020